Können wir auch kommen? Nein, leider nicht. Können wir auch kommen? Nein, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe ihn da sein. Es ist niemand da. Die Kätzin von Laura ist wirklich süß. Wenn man ein Haustier haben will, muss man es auch pflegen. Sie sind 45 Jahre alt. Wie alt ist es? Du bist 31 Jahre alt. Lantipasto. Lantipasto. Voglio l'acqua gassata. Voglio l'acqua... Ich habe dich beeindruckt. Ich bin schockiert. Wie haben wir unser Restaurant geschlossen? Ich bin schockiert. Lantipasto. Lantipasto. Kannst du ein bisschen Musiker spielen? Riccardo kann die Fisarmonik und die Kitarre spielen. Wie ist es, wie ein Italiener von Italien hat eskultiert? Hast du kennengelernt? Hast du kennengelernt? Du willst mit mir gehen? Du hast es gemacht? Herzlichen Glückwunsch. Excusez-moi, parlez-vous französisch. A quelleheure du dich dich wirst du dich wirst? A quelleheure du dich wirst du dich wirst? Prendre eine Daufe. Prendre eine Daufe. Le violon. Le violon. Elle joue a la pétanke. Elle joue a la pétanke. Je joue au golf. Elle fait du yoga. Le ski. Vous prenez des médicaments? Vous prenez des médicaments? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de la fièvre. J'ai un rhume. J'ai un rhume. Je ne me sens pas bien. Mi apartamento está muy bien situado. Mi apartamento... Carmen y su novio viven en la segunda planta. K. No conozco a aquellas mujeres. No conozco. Esos pantalones no me quedan bien. Esas. Estudiar. Estudiar. El idioma español es muy hermoso. El idioma español... Cómo te sientes? Has descansado ya? Quién? 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 Cuántos? Cuántos? Cuando vas a España? Qué quieres hacer hoy? Cómo te sientes. Vielen Dank.